Musik 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 This is a pipe organ. It's basically a wind instrument. Und die Geräusche kommen aus den Pipen und die Luft ist in den Pipen und die Pipen sound. So das ist wie das Instrument funktioniert. Und es ist eine collection von verschiedenen Instrumenten. Du hast Trumpets, du hast Flutes, du hast Klarinets. So diese sind Pipen, die die Geräusche von all diesen Instrumenten machen, wenn der Luft ist in die Luft von einem Blower. Und so die Luft wird in den Pipen sound. Und diese sind die Manuals. So, wenn ich diese Noten, diese Pipen sound und die Musik, die wir brauchen. Das Organ war in 1880 und in 1881. So, es ist über 130 Jahre seit dieser Organe in die Kirche.